Jo! Nächste Runde! Oh, der Hacker auf der Map ist doch super. Boah, aber die haben ETC. Die haben nicht besonders viel zum Rappen, nur den Fallstart mit Boosten und da weiß ich nicht, ob man sich auf den verlassen kann. Oder du mit deinem Stun, mit dem E. Aber puh. Mhm. Ja, okay. Jetzt. Ich war wieder. Ich war wieder. Das war's für heute. Alter, wieso portet der zurück, wenn er für... Junge, hast du das gesehen? Ach, die Sonja hat das Spiel gelieft, okay. Das war's für heute. 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 Nein. Alter, was geht denn? Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Ich mach' einen Potter back und dann buddel' ich mich zurück. Was ist das? Der Fallschat hier oben. Alle hier sind so low. Gut Job. Sehr guter Job. Nice, nice, nice. Richtig gut. Ich buddel mich top. So viel Tribut, oder stellt euch meinen Fluch. Ja. We have. Machen's wie eben. Ich sock die Lane zu Ende und dann buddel ich mich dazu. Ich hab noch 10 Sekunden CD auf dem Buddeln. Sind schon alle hier. Wappen jetzt gleich. Sind alle hier. Ich buddel mich. Ich buddel mich unten rein. Ja. 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 Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Nein. Oh, der war fast los, schade. Boah, vor was war das denn von der Sonja? Nix, war das. Oh Gott, schweißer hier. Scheiße, ey. Wie knapp das alles war, aber nicht zu unseren Gunsten. Sechs Sekunden, dann kann ich wieder da reinbuddeln. Keine Mano. Oh mein Gott. Ah, der kriegt so viel Damage. Oh Gott. Keine Chance, ey. Wie die mich alle verfolgt haben, ey. Oh Gott. Komm weg, lass lieber gleich ein bisschen rough. Na ja, die fangen wir jetzt schon an. Elf Sekunden, dann spawne ich wieder, buddle ich wieder rein. Oh nein, 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 schweißer. Ey, ist der blöd? Alter, wie war denn der Vogel? Buddelt mich rein. Oh Gott, idiota. Leute, das Ding ist weg, oder? Ja, ich weiß. Ja, wir sind gecursed, wir müssen defen. Das ist nicht so gedacht. Ich def-mitte, da buddle ich mich hin. Ich def-mitte, da buddle ich mich hin. Ich schaffe, natürlich. Ich freu mich hin. Ich fühle mich hin. Wir sind die Flut. Ich buddel mich zum Boss. Ja warum, sehr zu viel? Kannst nichts machen. Was ist das? Jetzt nichts mehr. Ja unser Fight Start ist ein totaler Noob. 19k Schaden und kein Bild. Einfach irgendwas geskillt. Ich bin eurer lächerlichen Streiterein überdürsig. Und er winkt meine Gäste. Ja, andere Boss kommt auch noch. Ja. 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 Wir machen uns komplett fertig. Falls das fliegt auch einfach rein. Ich meine... Ach, was weiß ich. Die Speils ultieren auch irgendwie voll sonnenlos. Bis jetzt hat die noch keinen einzigen noch Leben gerettet. Ganz gilt sie doch nicht mehr, wenn du meins. Ne, war schon nicht mehr. Nur Tracer countert uns auch ziemlich. Also normalerweise nicht. Aber... Halt scheiße gespielt. Ja. 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 Ja, so. Ja. Ja. Ja, Jahre. Jörg, ich bin ein wenig dabei. Ja, naja. Immer. Ja. Ja. Bei allem da hat er die gerade weg gepustet, wo wir das erste mal die Chance hatten Kills zu holen ey. Das ist ein richtiger Bob ey. Ich buddel mich hin, vielleicht kriege ich ihn noch. Wenigstens ein Kill, aber Tribute habe ich nicht gekriegt. Wir haben gelernt, uns endlich geht. Ich werde sammeln. Ich werde sammeln. Ich werde sammeln. Gerne. Ich werde jetzt nirgends. Danke. Ah, das meine ich, die Tracer, die chastet halt hinterher. Ja, und Folter, ich ja. Oder uns. Na, aber wenn da die Dings nicht noch gekommen hättest, die vielleicht zurück. Auf jeden Fall, wenn deine Ulti eben nicht gekommen wäre, wär ich tot gewesen. Ja. 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 Auch. Oh nein! Oh, Mini-Cotapult. Hm. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, no. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank.